Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RobinsFinanzWelt. Heute habe ich für euch mal wieder ein Update zur Paypal-Aktie dabei. Wir schauen uns hier alle Zahlen, Daten, Fakten an, gehen auch gemeinsam so kurz und knapp wie möglich auf die Kennzahlen gemeinsam ein, auch so ein bisschen auf die Vorwartzahlen für die nächsten Jahre, damit man Paypal vielleicht so ein bisschen besser einschätzen kann, schauen uns natürlich auch den Chart zusammen an, wo wir aktuell stehen und gehen wie immer auf die aktuellsten News ein. Also bleibt auf jeden Fall dabei, wird mega spannend und ich würde sagen, wir starten jetzt auch schon direkt rein ins Video und beginnen mal wie immer mit dem Chart. Und ich habe euch hier jetzt mal den 5-Jahres-Chart mitgebracht. Ihr seht, vor 5 Jahren hatten wir sogar schon höhere Kurse bei um die 76 Euro. Das heißt, wir sind gerade auf einem absoluten Tief, selbst auf 5-Jahres-Sicht sogar ein bisschen länger gesehen. Wir haben hier einen Tief sogar ausgebildet bei 47,78 Euro. Das absolute Hoch, das war natürlich so in der Pandemiezeit, wo diese ganzen Tech-Aktien hochgeflogen sind, bei 262,30 Euro. Da sind wir natürlich ein ganz, ganz gutes Stück entfernt. Wir haben heute einen Tagesplus von 2,23 Prozent und stehen bei 54,54 Euro. Ja, wir liegen hier gerade so auf der 50-Tage-Linie auf, haben es hier aber wieder drüber geschafft. Also wir sehen es hier unten kurz, der Trend ist grundsätzlich positiv. Und der nächste starke Hürde wird hier die 200-Tage-Linie im langfristigen Bereich sein. Insgesamt muss man aber sagen, bietet uns das Ganze hier aus der Sicht schon wieder Chancen. Wir müssen natürlich aber auch erstmal wieder die Trendwende einkehren. Und jetzt schauen wir uns trotz des natürlich, Paypal, jeder kennt nochmal an, so im Kerngeschäft, was eigentlich hinterm Unternehmen steckt. Und sie betreiben natürlich hier das klassische Online-Bezahlsystem. Man bietet hier eben im Online-Handel ja die sichere Möglichkeit auch für Geldüberweisungen über das Paypal-Konto per Lastschrift oder Kreditkarte an. Und jeder, der ein Paypal-Konto sich eingerichtet hat, kann darüber bei zahlreichen Shops eben Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld einfach an Freunde senden zum Beispiel. Und dabei müssen eben auch einige Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Nach eigenen Angaben verwaltet Paypal hier ungefähr 360 Millionen aktive Benutzerkonten. Und zu den Angeboten zählen Paypal, auch Paypal Credit und die Bezahl-App Venmo und auch die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste an sich können wir als privater Nutzer nutzen und auch an Geschäftskunden. 1998 wurde Paypal ungefähr gegründet. Und genau, das war so das Wichtigste. Und seit 2015 hat man sich auch wieder ausgegliedert von Ebay. 2002 wurde man von Ebay gekauft und hat sich im Juli 2015 eben wieder ausgegliedert und als eigenständiges Unternehmen hier auch an der Börse notiert. Das heißt an sich, seit 2015 laufen sie hier wieder frei. Ja, und da schauen wir jetzt auch mal auf die wichtigsten Kennzahlen. Und 2023 schauen wir uns gleich separat komplett an. Aber wenn wir jetzt mal allein auf 2022 und dann die Folgejahre gehen, dann ist eigentlich das Ergebnis je Aktie hier wieder sehr, sehr positiv. Also allein zum Jahr 2022 möchte man sich hier wieder mehr als verdoppeln. Also die Vorwart-Ergebnisse für dieses Jahr und auch das Vorwart-KGV von 10,4 spiegelt eine sehr, sehr günstige Bewertung hier im Kursgewinnverhältnis aktuell wieder. Auch über die kommenden Jahre einstelle ich. Also das geht jetzt nicht mit einem schlechteren Ergebnis einher, sondern trotzdem mit Ergebnissteigerungen und Gewinnsteigerungen. Das werden wir nachher auch in den Schätzungen sehen, die wir uns gleich anschauen. Streubesitz sind 99 Prozent und die Marktkapitalisierung bei 57,8 Milliarden. Also die wurde schon ordentlich eingestampft, kann man sagen, und ist eben jetzt nicht mehr dreistellig. Ich habe das mal so zu den Zahlen, aber die Zukunftszahlen schauen hier schon sehr, sehr gut aus. Und wir gucken uns jetzt mal so die Schätzungen für die nächsten Jahre an. Wir haben mal so ein bisschen die Glaskugel rausgeholt. Und hier sehen wir es auch, dass wenn die Umsätze wieder schön stetig weiter steigen sollen, wir haben natürlich hier auch, das setzt sich so aus dem Bestands- und Neugeschäft zusammen, kann man sagen. Mittlerweile bietet PayPal ja auch das Thema an, später zu bezahlen, beziehungsweise so wie eine Art Kurzkredit. Und da komme ich nachher auch so ein bisschen auf eine Studie zu sprechen, wie es auch eingangs natürlich schon drinsteht. Und da ist ja auch die Frage, schafft die PayPal-Aktie die Kehrtwende? Und ich sage mal, mittel- und langfristig kann man hier auf jeden Fall, sind 100 Prozent drin. Also davon gehe ich persönlich aus, zumindest mittel- oder langfristig, wenn wir allein sehen, dass wir bis zum absoluten Hoch hier eine Vervierfachung, Vervünffachung drin haben, dann sind 100 Prozent noch tief gegriffen. Natürlich müssen dazu auch die Zahlen und auch wieder die Nutzerdaten passen. Das heißt, wir würden uns dann irgendwo in diesem Bereich befinden. Das dauert eine Zeit, aber ich sehe in PayPal trotzdem weiter Chancen. Und wir sehen jetzt hier, wie gesagt, auch die steigenden Ergebnisse in den kommenden Jahren. Auch das EBIT, was wieder weiter steigen soll und auch der Gewinn, der stetig anwachsen soll. Eigenkapital wird weiter aufgebaut. Wir haben hier kaum Netto-Finanzverbindlichkeiten. Also alles in allem schaut es hier wirklich sehr, sehr gut aus, kann man sagen. Und jetzt schauen wir uns auch mal so ein bisschen die aktuellsten News an, was ja auch gerade sich so ein bisschen auf den Kurs immer mit einspiegelt. Und ja, man kann brandaktuell sagen, dass PayPal so ein bisschen von einer Adobe-Studie profitiert. Um was geht es da genau? Das schauen wir uns jetzt an. Insgesamt kann man sagen, alleine in den USA wurden wieder mehr ausgegeben als im Vorjahr in der Weihnachtszeit. Also man toppt das Ganze immer wieder jedes Jahr. Und auch bei den genutzten Zahlungsdiensten gab es hier einen ganz klaren Gewinner. Und laut Adobe sind hier die Online-Shopping-Umsätze zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember letzten Jahres um 4,9% angewachsen. Auf insgesamt 221 Milliarden Dollar. Und die E-Commerce-Dynamik fällt damit wieder stärker aus als im Vorjahr. Da lag das Wachstum eben nur bei 2,5%. Das heißt, man kann sagen, fast verdoppelt hat sich das Wachstum. Und Adobe fand außerdem heraus, dass eben die Nutzung der Zahlungsoption Buy Now, Pay Later, also genau dieses Thema, was ich vorhin gerade schon angesprochen habe, jetzt zu kaufen und in 30 Tagen vielleicht erst zu bezahlen oder sogar noch später, das ist wirklich auf ein neues Allzeithoch geklettert. Und davon profitiert natürlich ganz klar Paypal. Und insgesamt wurde das Finanzierungsmodell bei der Bezahlung von Waren im Wert von 16,6 Milliarden Dollar ausgewählt. Das ist ein Anstieg eben von 14% im Vergleich zum Vorjahr. Also gut zweistellig. Und dieses anhaltende Wachstum hier im E-Commerce-Markt ist ein positives Signal und auch eine positive Dynamik für Paypal, weil sie ja genau das anbieten hier als Bezahldienstleister. Und ja, gerade dieses Buy Now, Pay Later, ich bin gespannt. Es könnte so ein Trend sein, der sich weiter fortsetzt. Jetzt muss man natürlich schauen, ob es nach dem Weihnachtsgeschäft so weitergeht. Man muss natürlich da auch klar sagen, dass das Weihnachtsgeschäft immer so ein bisschen für mich einen Sonderstatus hat, diese zwei Monate. Gerade mit dem Black Friday und dann auch im Dezember mit dem Weihnachtsshopping sind natürlich immer Ausnahmemonate und man muss diese Trendwende jetzt auch bestätigen. Aber insgesamt geht natürlich der Trend immer weiter in die Richtung. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr Paypal in eurem Depot habt, sie zu diesen Kursen vielleicht auch immer mal wieder aufgesammelt habt. Würde mich echt brennend interessieren. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr persönlich denkt. Und wenn euch mein Video und mein Kanal natürlich jetzt gefallen hat, dann drückt euch jetzt gerne schon mal den Abo-Button, aktiviert noch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!